Hallo liebe CrossFit Tübingen Community, herzlich willkommen zum heutigen Workout am Dienstag, den 29. September am Helene See, auch Kleine Ostsee genannt, im wunderschönen Brandenburg. Euer Warm-up setzt sich aus drei Übungen zusammen, ihr führt es im total auch ebenso für drei Runden durch. Ein Perfect Stretch bildet die Übung 1 ab, Übung Nummer 2 sind Slow Motion Wall Slides und Übung Nummer 3 ist der Türkisch Gerrit mit einem Schuh. Die Übung 1 ab, Übung Nummer 3 ist der Türkisch Gerrit mit einem Schuh. Danach geht ihr direkt in den Strength-Skill-Part über und fügt dort ein zweiter Bader zusammen, also in total sind es 16 Runden, 20 Sekunden on, 10 Sekunden off. Das ganze Single-Arm bedeutet für euch Runde 1, Runde 2. Runde 1 Single Arm Cattlebell Snatches, Runde 2 Single Arm Cattlebell Push Trucks. Das ganze dann für die Runde 3 und Runde viel für die andere Körperseite, je nachdem mit welchem Arm ihr gestartet seid. Ist der Strength-Part geschafft, findet nur noch das Walkout für euch statt, besteht aber diesmal zu einem M-Wrap 20, also ein ziemlich langes Walkout. Dort sind es 10 Cattlebell Single Arm Swings, gefolgt von 8 Cattlebell Push Presses und an dritter Position sind es 5 Cattlebell Overhead Reverse Launches. In der nächsten Runde wechselt ihr das ganze ab, auch für die andere Körperseite wie im Strength-Part. Wir wünschen euch viel Spaß, haut rein, bis bald. Ihr seid Carl und Jessie. Eie. Am Helene See, auch kleine Ostsee genannt im wunderschönen Brandenburg. Und in Runde 3 und Runde 4 findet ihr denn... Echt jetzt? 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 Echt? Echt jetzt? nähen? Ebars schauen!